Viel Glück! Viel Glück! Hier rück. Oh, schwer. Oh oh. Habe ich den Jay auf Frischhatter? Alarm! Nein, Quatsch, als Witz. Oh, das wäre so schön. Ich hätte sofort gevotet, dadurch hättest du es durchgezogen. Ja, wir können auch zum Chalboten. Also, was hat die... Unten links bei Reaktor, hier bei dem Waffen ausrichten quasi. Auf dem Weg Richtung Reaktor von unten links. Von Elektro zu Reaktor. Also, ich habe ein Alibi für Ray, Mike und Maxi. Die waren alle rechts. Ja, stimmt. Ich würde allerdings bei uns vier nur dich, Sepp, tatsächlich proofen. Ich würde Sepp und Ray machen, weil Ray stand, also so lange im Navigation vorne, dass das war unglaublich. Den einzigen, den ich in der Nähe gesehen habe, war Dalu. Ey, Dalu, wir haben zusammen gerade Reaktor ausgemacht. Nein, 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 ich meine in den Camps. Ich war in den Camps. Ich habe von Admin über die Cafeteria dann auch zu Reaktor gelaufen, weil dann halt Meldon war und da waren übel viele Leute. Ich habe Dalu gesehen, ich habe Jay gesehen. Und danach? Da ist ja der Tod passiert. Nein, 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 nein. Da bin ich auch runter zu Electrical. Ich finde es verdächtig, dass Dalu mich da gesehen hat, obwohl er auf den Camps gesehen hat, obwohl ich von oben kam. Aber du warst vor dem Campraum. Und ich weiß nicht, ob du dann nach unten gegangen bist. Aber du warst doch in den Kameras. Ich stand in deinem Kamerabild die ganze Zeit. Ja, und ich glaube, du bist nach unten gegangen. Nee, ich bin nach links gegangen. Da standen Kalle und Jay am Simon Says. Das heißt, du bist immer noch da. Und die anderen dann... Ich bin immer noch da. Ich bin mit Jay in den Dings reingelaufen. Jay, als ich rausgekommen bin da doch. Als Dizzy gerade die Map angemacht hat, den Meltdown angemacht hat, ist er gegen den Tisch in der Cafeteria gelaufen, wollte ich nur sagen. Ich bin gerade Electric Girl in Kalle. Alter Mike, was ist dein Problem, Alter? Nein. Ich war über ihm. Ich bin immer so was, wenn wir Kabel machen. Dann lenken wir die Boys mal ab. Und machen mal den hier. Ach, scheiße. Ich hätte das Licht machen müssen. Das wäre besser gewesen. Ich stelle mich noch mal hier drauf. Mal sehen, ob vielleicht noch mal einer kommt. Eigentlich müsste man Dallu irgendwie gleich von Anfang an rausnehmen. Da hat noch keiner die Leiche gefunden. Ja, ich bin fertig, Leute. Boah, ich bin ja gar nicht gut. Du bist kaum jemand gestorben. Boah, ich bin nicht gut. Dardusch ist tot. Ja. Den hab ich gerade noch oben. Dardusch gerade noch oben, würd ich sagen. Ertragbare Verluste. Halt, halt, halt. Ich hab Dardusch gerade noch Admin gesehen mit Mike. In der Cam. In den Cams. Dalu und ich waren da, Ray. Admin? In den Cams? Ich bin mir auch relativ sicher, dass Dardusch links war. Nee, dadurch war ich Admin. Dann hab ich das verwechselt in meinen Fehler. Dalu und ich waren Admin. Ja. Und Kalle und Nils sind runtergegangen gerade. Da bin ich von den Kameras weggegangen, weil ich Angst hab vor Nils. Ich hab J ungefähr die ganze Zeit gesehen. Ja stimmt, ich bin Sekretär gelaufen, was die Aufgaben angeht. Also ich war über... Ich war eben auch kurz in Admin und da bin ich jetzt bei Reactor hatte ich da die Aufgabe. Ganz links oben. Und dann bin ich einmal zu den Kameras gegangen. Da stand auch Dizzy. Genau. Und da hab ich mal reingeschaut. Also der Einzige, den ich die ganze Runde nicht sehe, ist Sepp. Nee, nee, Sepp ist... Mike! Ja, aber Sepp, Sepp ist auf jeden Fall geproovt. Also das war so ein Grund in der ersten Runde einfach. Ich hab dich nicht gesehen, das brauch ich aber auch nicht, weil ich lebe noch. Und wenn ich dich gesehen hätte, dann wäre ich wahrscheinlich schon tot. Können wir ein bisschen Nils Redezeit geben? Also ich hab grundsätzlich erstmal Mike gevotet. Weil Mike hat nämlich... Da bin ich ja auch schon fast dabei. Ja, wollte ich grad sagen. Mike versucht schon wieder irgendwie hier Leute anzukreifen. Es standen so viele Leute dauerhaft in den Kameras. Was wurde denn irgendwie... Wo wurde Dardusch irgendwie ansatzweise gesehen? Also ich stand jetzt... Ich hab ihn gar nicht gesehen. Also ich hab ihn auch gar nicht gesehen. Ein Hinweis auf einen Imposter. Ein Rätsel! Ein Rätsel! Kommt aber... Ich will auch ein Rätsel. Ein großes Set im Namen. Wir haben sofort gewonnen da, Luna. Ihr macht ja einfach die Quest und dann sind wir durch. Dann kommt da ein Rätsel. Wir haben gar nicht mehr dran. Ich hab aber noch voll viel, weil ich die ganze Zeit nur beobacht. Dann geh ich jetzt beobachten und du kannst die Quest machen. Das ist jetzt die Aufgabe. Wenn das Rätsel kommt, wenn wir uns... Ja, wow! Wenn alle drüber nach... Wenn alle drüber nach... Fertig. Okay. Warte. Mike voted Dizzy? Wenn man einen Buchstaben weglässt, betrifft es jeden von uns. Was ist das für ein Rätsel, du Arsch? Wir müssen halt loslegen. Die Tasten sind fast alle durch. Oh, shit. Oh, come. What? Oh, fuck. Oh, fuck. What the fuck? Oh. What the fuck? Ey. Wie viel Pech kann man... Wie kann Mike denn da noch durchgerutscht sein? Oh, what? Oh, oh. Und das Rätsellösung ist... Sepp ist tot. Ach so. Ich muss ganz ehrlich sagen, was war das für eine Anschuldigung gerade? Woher kommt das jetzt? Oh mein Gott! Alle! Aus welchem... Aus welchem Organ kam das jetzt? Ach so, jetzt aber. Das hat aber auch keiner gecheckt. Ich hab das sofort gecheckt. Ich auch. Ja klar, was sich betrifft. Ich hab einen Versuch zu vergleichen. Ich bin ihm jetzt extra die ganze Zeit hinterher gelaufen. Weil ich dachte, der will mich jetzt töten oder so. Und ich bin die ganze Zeit vor dir weggelaufen, weil ich dachte, du wolltest mich töten. Und ich bin jetzt beide ganze Zeit hinterher gelaufen, du weißt doch, ich liebe dich. Können wir mal kurz darüber reden, dass Sepp gestorben ist? Das ist korrekt. Wo ist der denn gestorben? Das wissen wir nicht. Sepp war links bei mir die ganze Zeit, bei Ray und... Reaktor, hab ich zuletzt gesehen. Also hat Mike den Call gemacht, um die Leiche verschwinden zu lassen? Weil er uns erwischt, okay. Nee, ich wollte eigentlich was anderes sagen. Ich wollte euch erstmal ausreden lassen. Ich wollte sagen, dass Dizzy mich verfolgt hat, also die Richtung gewechselt hat. Und dann versucht hat, die Tür zuzumachen bei Storage, aber leider das Timing so verkackt hat, dass er sich ausgeschlossen hat und ich konnte weiterlaufen. Warte mal kurz. Wo warst du, Mike? Im Storage? Ich bin Storage nach rechts gelaufen, Richtung Shields. Von wo? Wie, von wo? Von Storage nach rechts. Ja, aber von... Von links, von Richtung Security runter. Reaktor. Er ist in Storage geblieben. Er wollte uns einschließen, damit er nicht töten kann. Irgendwann, ich war Audi auch Storage und bin von oben nach links gegangen. Und ja. Deswegen ist mein Verdacht krass auf Nils, wir können aber gerne über 2 Sekunden noch über Sepp behalten. Sepp nicht gesehen. Vielleicht darf ich auch noch dazu sagen? Sepp bei links. Nee, Dizzy. Okay, dann mach ich. Dann sag ich einfach nichts dazu. Gut, ich wurde einfach. Du wurdest wieder Mike? Ich wurde einfach zu verfolgen. Also Mike spielt genau wie letzte Runde, ne? Also... Kalle und Nils sind runtergelaufen. Danach war Dardosch tot. Und jetzt ist Nils... Ja, ich call auch Kalle und Nils, weil Kalle und Nils auf beide vorne in Camps standen. Kann ich mir auch gut vorstellen. Hä? Ich stand alleine in Camps? Wovon redet ihr jetzt? Nee, 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 nee. War zu zweit. Bin übrigens fertig. Mit wem soll ich laufen? Mit mir bitte. Ich hab nur noch einen. Ich hab nur noch Admin. Sowas machen wir nicht. Okay. Nee. Oh, nee. Alter, Mike, du machst... Nein. Du machst ja gar nichts, Alter. Ey, ich... Drei Leute sperren mich. Ich bin der Einzige, der hier Leute tötet. Ey, wenn du von Runde 1... Ja. Wenn du von Runde 1... Ja, nichts. Ey, wenn du von Runde 1 auf dem... Auf dem Cent stehst. Maga, du muckst die einfach ab. Du nimmst dein Messer und stimmst... Da ist niemand zum Abmuckst, du Arschloch! Und wenn du wem hinterher rennst, dann gehen die dir auf den Sack, dass du irgendwas gemacht hast. Alter, wenn du genau so viele Leute abgemuckst, hättest du nicht, dann hätten wir schon lange gewonnen. Kalle, ich find das tatsächlich in Ordnung, dass du von da hinten aus spannst, du hier rüberbrillst, du Arsch! Ja, aber dann macht immer was, außer den Reaktor an. Wie hart hast du das Timing verkackt bei der Tür, Dizzy? Maga, bei mir standst du voll drin und auf einmal schwutscht du durch die Tür durch. Und das Geile ist, dadurch hast du auch Kalle verhindert, dass er mich verfolgen kann. Ey, das ist so... Ohne Scheiß, ich mach die Tür zu und er flutscht halt direkt durch die Tür durch. Denk mir so, hä, der stand doch da noch drin und what the fuck? Kalle hat leider in der ersten Runde noch was falsch gesagt, weil ich auch nicht mehr erwähnen konnte, weil so viel durcheinander war. Er hat gesagt, er war am Ende electrical, aber da war ich, da konnte er gar nicht sein. Ich hab Reaktor gesagt, safe. Nils, hast du den Reaktor gescheitert, als du gegen die Cafeteria gelaufen bist, gegen den Tisch? Ne, ich lauf generell einfach manchmal scheiße, weil ich irgendwo anders hinguck. Ihr habt immer nur Reaktor gemacht, oder? Aber Dalu, was ist das? Du hast Upload gefaked. Du standst am Upload dran und ist nichts passiert. Das dauert normalerweise 7,5 Sekunden, du hast nur 3,8 gebraucht. Ihr scheiß Nerds, Alter, wirklich. Komm, Alter. Aber guck mal, ich hab dich doch nicht... Ja, alles gut, alles gut. Aber wenn ich dann schon wieder höre, ich hol meine Excel-Tabelle raus, das dauert 7,5 Sekunden. Nein, ich bin auch danach nicht drauf eingegangen, sozusagen beim nächsten Meeting. Ja, alles gut. Das ist alles gut, nur. Das hat sich auch niemals gevotet. Ich wollte nur wissen, was mich exposed hat, deswegen. Das war der Abfall. Auf Sendung wurde drauf. hood retour Und wir sehen uns zurück.